So, ihr hört es gerade schon im Hintergrund, wir haben eine neue Fortnite Crew Belohnung bekommen. Also alle, die in der Fortnite Crew sind, bekommen eben halt diese zwei Lieder hier gratis. Was heißt gerade? Also gratis zum Fortnite Crew Paket, weil ich kenne euch ja. Der eine sagt wieder, nee, das seht ihr nicht gratis, weil kostenlose ist es auch nicht. Aber ihr bekommt halt diese zwei Musikstücke noch geschenkt. Die hatten wir doch schon. Ja, jetzt will er sie abspielen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hatte ich gerade Probleme gehabt, die Musik abzuspielen. Also einmal Mecha macht instrumental und einmal Mecha macht normal. Hallo, so hört sich das Gliedrich an. Meine Güte. Also wie gesagt, die zwei Sachen gibt es jetzt nochmal gratis dazu zur Fortnite Crew. Also wer sie noch nicht hat, loggt euch einfach ein. Wir gucken uns natürlich gleich zusammen das Update an und schauen einfach mal, was sich alles geändert hat. Ich habe schon gesehen, es hat sich wieder einiges geändert. Also die Season ist wieder komplett auf den Kopf gestellt. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne, haut rein!